Hi, ich bin Steffi. Ich arbeite seit mittlerweile 2010 bei der BIRG Marketing Consulting. Ich bin im Auftragsmanagement tätig und mache für unsere Kunden die Auslieferungen mit der Zollabwicklung und des Forderungsmanagements. Ich arbeite total gerne bei der BIRG Marketing Consulting, weil es ist egal, welche Herausforderungen du hast. Dein Team hilft dir und unterstützt dich. Und wir lachen viel, auch bei der Arbeit, egal wie blöd der Tag eventuell war. Und wir sind halt auch Freunde mittlerweile geworden. Also man gewinnt hier richtig viel. Mein Herz schlägt Hightech, weil egal, wie schwierig eine technische Anfrage auch ist, der Service hilft mir immer und unterstützt mich. Und bei unseren vielen innovativen Produkten ist es echt toll, dass sie mich so erklären können, dass sogar ich ohne technische Hintergrund es verstehen kann. Hi, ich bin Steffi. Ich bin mittlerweile seit... Entschuldigung. Mein Herz schlägt Hightech, weil ich vier Jahre gehörmahnt haben. Miterst search Vorschläge Bier, okay, wie SC. Ja, ich bin einmal der